Und damit Willkommen zurück Battlefield 5 Triff Mason Okay, haben wir ja letztens alles ausgeräumt Was war jetzt letztens? Gestern 730 Meter Ich glaube wir sollten mit irgendwas hinfahren Weil Hinlaufen könnte ein bisschen da oben Nehmen wir den Truck, oder? Haben wir zwar keinen Geschütz, oder sowas Ey, ich weiß was nicht, wie viel der aushält Können wir den nicht nehmen? Hallo? Hallo? Ich hoffe nur, ihr kommt Kein Panzer, oder sowas Das sieht schon geil aus, ne? Auch mit dem Azzer und so Jumping over the world Irgendwie müssen wir mal Straße Zurück Na genau Ich fahre natürlich den einzigen Weg lang, wo es nicht auf die Strafe geht Okay, wir probieren später nochmal Spaß und viel dann Hier sieht es auch gut aus Und so Wir probieren denещern Und dann Wir probieren später Wir probieren und dann Hallo Mason? I got bandages and stuff. That's good son, that's really good. I'm taking Kyria, alright? It's all gonna be fine. Don't even raid out a boat and come and get us. You did what? I'll raid out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Oh, I fucked up. Yeah, you fucked up. You're useless. Fuck you know that, don't I? I didn't rob those banks by myself, alright? Yeah, well, no surprise there. I did it with my dad. He said I was useless just like you and then he fucked off and had me taken the portrait. Listen to me, you're not- Fuck! You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you try to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I'll come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger? A trier? Yeah, I suppose. I can't hear ya! Yes! I am. Oh Billy, fucking Bridger! Good boy, that's what I wanna hear. Right. How about you join your old mate? And we go and get a load of sauerkraut munchers. Yes, please. That infantry will be here any second. They find some cover. And I support you from up here. Die kill are at the point of the kill. Through this ship. I'm sorry, son. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Leck mich anders. Yes. All right. There's more out there. How long can we keep this up? Please. We have some time to worry about you. Only that street bottom of the bank. Here they come. Use a tool gun. Geil. Oh, Flugzeuger. Now watch the flight to run. Use the AI. Goddammit. We have some infantry coming in too. Infanterie, come, 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 come. Stop them in his slacks, Mason. You're a one-man crime-wise, Mason. Brauchtörfer einsetzen! Kanone! Brauchtörfer einsetzen! Okay. I hope you're right, old mate. Brauchtör! They're blanking. They're coming from the valley. Tip job. Das war's. Die Klingel sind aufgerufen. Die Klingel sind aufgerufen. Die Klingel sind nicht so weit. Sie werden nicht aufgerufen. BOOM! Anniere die Mation. Die Klingel sind nicht so weit. We'll be right back. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020